Musik Herzlich willkommen in den Kitzbühler Alpen. Ich befinde mich hier direkt in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixenthal in Westendorf. Heute stelle ich euch den Borders Playground in Westendorf vor, einen der schönsten und größten Snowboarder Fun Parks. Und dazu schalte ich jetzt live zu Gogo Gossner, den Parkarchitekten. Ja, servus, grüß dich, ich bin der Gogo. Wir sind da in Borders Playgrounds, man sagt einer der besten Parks Österreichs. Das Spezielle an dem Park ist, wir haben verschiedene Lines für verschiedene Levels. Wir haben eine Pro-Line, wir haben eine Public-Line, also eine Public-Balk, eine Medium-Line und wir haben eine Easy-Line für Beginners. Also die Easy-Line ist konzipiert für Freestyle-Anfänger, für Beginners. Da sind ganz leichte, kleine Sachen drin, speziell auch für unsere Shred-Sessions, für die Kose, die wir machen. Da können die Kids und die Anfänger probieren und sich so Schritt für Schritt an das nächste Level, die Medium-Line mit Public-Balk herantasten. Die Medium-Line ist so für durchschnittliche Fahrer, eigentlich für jedermann. Da sind Jumps und Obstacles in verschiedensten Größen drin und bietet alles für jedermann. Die Pro-Line, die ist für geübte Fahrer, für Profis zum Trainieren und auch speziell für unsere zahlreichen hochkarätigen Events wie die Shreddown Austrian Masters, die österreichischen Freestyle-Meisterschaften im Slopestyle, wo sich jährlich die österreichische und auch internationale Freestyle-Elite trifft, um sich die Kante zu geben, sozusagen. Das war's auch schon.